Heute wieder eine neue Ausgabe bei Menschen aus Wörgl und da darf ich die Gabi Hausberger ganz herzlich begrüßen. Servus Gabi. Hallo Lili. Ich habe mir sagen lassen, du bist ja ganz eine Sportskanone. Was hast du denn genau gemacht? Ja, Sportskanone, das war einmal, aber ich habe es weitergeben dürfen. Ich komme aus dem Triathlonsport und habe wahrscheinlich seinerzeit angefangen, wo viele noch gar nicht gewusst haben, was Triathlon ist. Also es ist jetzt schon über 30 Jahre her. 1991 hast du damit angefangen, oder? 1991 haben wir mit dieser utopischen Sportart seinerzeit angefangen. Da hat ja jeder noch gesagt, die sind ja nicht ganz dicht, oder? Gleich drei Disziplinen hintereinander zu machen. So in etwa, was damals unmöglich war, ist heutzutage gerade so suchend. Je weiter, je höher, je schneller, desto beliebter. Ja, Triathlon, das sind drei Disziplinen. Das heißt schwimmen, dann Radfahren und zum Schluss noch laufen. Jetzt ist einmal die Frage, wie bist denn du überhaupt zum Triathlon gekommen? Das sagt man nicht einfach so, ich fange jetzt an. Ja, das ist mir zugefallen. Und zwar, es war eigentlich ein Jugendstammtischtreffen und da habe ich den Würgler alten Kollegen getroffen, einen Freund, Ali Schlögl, und der hat ganz begeistert von Triathlon gesprochen, was er im Moment angefangen hat. Und ich habe einmal gefragt, ja, was ist denn das? Und dann hat er gesagt, kommst einfach zum Schwimmen. Da haben wir dann die Betza-Varena, auch eine gebürtige Würglerin, die aus dem Schwimmbereich da war und auch bekannt war dafür. Und er hat gesagt, da lernen wir mal graulen. Wenn wir es graulen können, dann lernen wir es Radfahren, was wir ja eh alle können und laufen dann mal sowieso. Also es war rein zufällig, was mich da so in den Bann gezogen hat, dieser Moment damals. Hast du irgendeine sportliche Betätigung vorher schon gemacht? Schwimmen, Radfahren oder Laufen oder so? Gar nichts von allem? Sagen wir es so, jeder hat das können als Kind, Schwimmen, Radeln und Laufen. Aber unsere Disziplinen waren sicherlich die Wintersportdaten. Das war Eislaufen und Skifahren und das mit Leidenschaft auch. Wann kann man denn eigentlich mit dem Triathlon anfangen? Wie alt muss man sein? Oder darf man sein? Also wir haben in unserem Verein eigentlich als Oldies mit Triathlon angefangen. Und erst durch unseren Verein ist dann die Nachwuchsveranstaltung, also die Nachwuchsarbeit hat dann begonnen. Mit Triathlon kann man eigentlich jetzt, wenn ich es auf die jetzige Zeit beziehe oder wo wir arbeiten, ab dem fünften Lebensjahr anfangen. Okay. Beginnt man dann locker erstens schwimmen oder tun sie da schon laufen oder machen sie da auch so Kurzdistanzen? Ist ja so. Voraussetzung für unser Nachwuchstraining ist, dass Kinder schwimmen können. Das ist eine von den wichtigsten Sachen, braucht nicht perfekt sein, nur sie müssen sich über Wasser halten und alles andere, das geht dann über den Verein. Und Radlfahren und Laufen, das ist sowieso, was auch jedes Kind heutzutage eigentlich schon mit den Gründerschuhen mitbekommt. Jetzt hast du natürlich das Triathlon-mäßige nicht hauptberuflich gemacht. Was hast du denn hauptberuflich so nebenbei gemacht? Ich bin Steuersachbearbeiterin in der Kanzlei von meinem Mann, der Steuerberater, hat in Kufstein unten eine Kanzlei und war da tätig. Und da war es immer locker mal freizukriegen, oder? Fürs Training und dann auch fürs Wochenende zum Wegfahren einmal. Es war sicherlich ein Leben lang ein großes Zeitmanagement, was man aufgebaut hat, aber es ist damals wahnsinnig gut gegangen, dass ich nebenbei dann gesagt habe, ich fange mal ein bisschen zu späteln an als Ausgleich und aus dem Ausgleich ist halt nachher mehr geworden. Du bist gebürtige Wörglerin? Ich bin gebürtige Wörglerin. Und bist du auch immer da geblieben oder warst du mal weg auch? Ich bin mit 20 Jahren nach Wien gekommen, da habe ich dann noch eine Ausbildung gemacht, war dann vier Jahre lang in einer amerikanischen Bank. Und nach vier Jahren, mein Mann, der war damals auch in Wien, sind wir wieder zurück nach Wörgler und dann sind wir in die Selbstständigkeit hineingeschlittert. Vor zwei Jahren bin ich in Pension, auch im Beruf mein Mann gewesen, aber Triathlon habe ich weiterhin gemacht und den Verein geführt. Triathlon stelle ich mir jetzt sehr, sehr schwierig vor, vor allem auch, wenn man dort eine Ausbildung macht, weil du musst ja alles können, um das auch für die Athleten umzusetzen, damit du dich auch motivierst in jeder Disziplin. Weil das ist ja nicht nur eine, du kannst ja nicht nur aufs Schwimmen, dass du sagst, okay, zieh mit dem Graulen, der Arm muss lang sein oder beim Radlfahren du brauchst das Tempo oder beim Laufen du musst schauen auf die Schritte, sondern das ist hoch drei. Also die Ausbildung, die muss ja gewaltig gewesen sein. Ja, es war sicherlich eine sehr, sehr umfangreiche Ausbildung, weil es in drei Disziplinen die Trainerausbildung stattgefunden hat, also in Schwimmen, in Radln und in Laufen. Ja, aber es ist zusammengefasst als Triathlonausbildung. Und das Schöne war eigentlich auch, dass ich damals zusammen mit meiner Schwester Silvia die ersten weiblichen Triathlettrainer von ganz Österreich war. Das heißt, die ersten Ausbildungen hat es bei uns in Innsbruck gegeben, an der Sportakademie. Und da ist vom Grundtrainer bis zum Instruktor allgemeinen Trainer und dann der Spezial Triathlontrainer sind alle Ausbildungen absolviert worden. Sehr interessant, sehr vielfältig und ja, einfach wunderbar. Und wie bist du dann zur Obfrau gekommen? Ich bin eigentlich zur Obfrau durch einen Dr. Georg Betzer, der der Obmann vom Wörglerschwimmverein war, gekommen. Der war nämlich auch der Leiter von der Turnerschaft Wörgl. Und die Turnerschaft Wörgl beinhaltet mehrere Sektionen. Und wir haben also gesprochen, dass wir auf Vereinssuche sind oder Selbstständigkeitssuche sind, dass wir einen kleinen Verein mit acht Leuten anfangen. Und innerhalb kurzer Zeit hat er mich angerufen und gesagt, so, Wörgl hat nun einen Triathlon-Verein. Ihr seid innerhalb von der Turnerschaft Wörgl, die Sektion Triathlon. Ja, super. Und dann hast du das gleich übernommen und hat da Freude gemacht, 33 Jahre lang, wie man sieht. Ja, es war recht interessant. Er hat gesagt, du bist jetzt die Obfrau. Dann habe ich ihn halt groß angeschaut und habe gesagt, okay, das bin ich, nur sagen wir halt jetzt bitte, was muss ich eigentlich machen? Alles andere hat sich dann von selber ergeben. Wie du damals angefangen hast, Triathlon zu machen, ist ja so, dass man sich natürlich auf Wettkämpfe vorbereitet. Was war denn dein größter Erfolg? Mein größter Erfolg ist gewesen, dass ich einmal in Zell am See österreichische Meisterin bei der Olympischen Distanz wohnt bin. Aber in der Age-Gruppe, muss ich sagen, weil ich habe erst mit 30 Jahren angefangen. Das war einer von meinen großen Erfolgen. Aber meine schönsten Sachen waren sicherlich die sechs Iron-Männer, die ich darauf gemacht habe. Je länger eine Strecke war, desto wohler habe ich mich gefühlt. Hängt natürlich auch mit dem Alter zusammen. Je älter man wird, desto ausdauernder wird man ja. Ist das Ziel, einen Ironman zu machen, wenn man Triathlon macht? Bei den Triathleten ist es das große Ziel, einmal einen Ironman zu machen. Und natürlich das Ober-Ober-Ober-Ziel wäre gewesen, eine Qualifikation in Hawaii. Diese ist aber zu meiner Zeit wirklich nur den Profis vorbehalten gewesen. Ah, okay. Also da hättest du dich gar nicht sozusagen qualifizieren können. Unmöglich gewesen, ja. Du hast gesagt, du hast sechs gemacht. Wo waren denn die? Die ersten drei waren in Nizza. Die waren faszinierend, im offenen Meer zu schwimmen, im Wellengang, Freiheit pur. Dann in die Berge hineinradeln und dann entlang dem Meer an den Marathon laufen. Dann ist das europäische Mekka gekommen. Das heißt, Rot ist diese Städte, wo sich alles trifft. Der Triathleten war auch ein faszinierender Wettkampf. Und natürlich dann der Ironman Austria. Zweimal Kärnten, daheim in der Heimat. Einfach wunderbar. Was ich immer so faszinierend finde, wenn die Athleten aus dem Wasser steigen, die laufen dann zum Radl, lassen eigentlich den Schwimmanzug an und setzen sich schon drauf, oder? Oder ist das ein Spezialanzug, der nachher gleich trocknet, wenn ich wieder fahre? Nein, nein, nein. Ich muss ja dann hineinstürzen in die Schuhe, die da drauf sind, auch auf dem Radl, wenn man so zuschaut. Nein, eigentlich gibt es vier Disziplinen beim Triathlon. Nämlich die vierte Disziplin ist die Wechselzone. Und zwar, nach dem Schwimmen legt man Neopren ab. Das heißt, man darf nicht mit Neopren schwimmen, sondern man legt ihn ab und hat darunter einen Einteiler ran. Der Einteiler ist dann gerade auch richtig fürs Radlfahren und auch fürs Laufen. Und es ist, wie gesagt, vierte Disziplin. Genau da werden die Zeiten oft gelassen, weil manche brauchen ewig lang. Und andere, wie gesagt, die machen das schon während dem Laufen, dass sie den Neopren bis zur Hüfte freimachen, in der Wechselzone rausspringen, dann aufs Rad nehmen und rauf aufs Rad und hinaus. Was tut denn am meisten weh nach so einem Rennen? Der Popo, die Füße oder die Arme oder alles? Eigentlich schon die Füße. Ganz ehrlich gesagt die Füße, weil es ja dann doch die Disziplin ist, wo die meisten Schläge auf die Beine kommen. Und vor allem man ja auch davor schon für die zwei weiteren Disziplinen die Beine benötigt hat. Wie bereitet man sich denn auf so einen Ironman vor? Auf so einen Ironman, das heißt, man macht immer Teildisziplinen. Das heißt, man versucht sicherlich im Training davor einmal 160 Kilometer ein paar Mal im Ausdauertraining zu fahren. Dann gibt es Tage, wo man halt zwei, drei Stundeneinheiten läuft. Und natürlich Schwimmtraining läuft immer parallel dazu, was man einbaut mit ein bis zwei Stunden Training. Wow, das ist viel Zeit, was man da investiert. Sehr viel Zeit. Muss man sich da auch speziell ernähren? Weil während der Zeit, während dem Wettkampf gibt es ja wahrscheinlich nur so hochkalorische Sachen, oder? Die du flüssig dann zu dir nehmen kannst. Für einen Ironman ist sicherlich die Ernährung ganz, ganz wichtig. Aber nicht nur für einen Ironman, auch für die kürzeren Disziplinen. Das heißt, während dem Wettkampf versucht man, das Essen so weit wie möglich hinauszuschieben. Aber wenn man es übersieht, ist natürlich auch dies nicht mehr mehr gut zu machen. Weil wenn einmal die Speicher leer sind, dann geht es schnell, bis der Mann mit dem Hammer kommt. Wie schaut es denn überhaupt mit dem Nachwuchs im Triathlon aus? Ja, das ist eigentlich mein großes Liebkind. Ich glaube, da sind wir mit dem Würglerverein jahrelang Nummer eins gewesen, was österreichweit die Nachwuchs gefördert hat. Und es ist uns ja auch sehr, sehr, sehr viel gelungen, weil wir haben jahrelang x österreichische Meister bei dem Nachwuchs von ganz Österreich in Triathlon, Duathlon, Aquathlon gestellt. Ganz viele Kinder sind da aber auch aus den Ortschaften rundherum, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, ob das Hering ist, ob das Wildschönau war, ob das Kirchbichl ist. Dann war die erste Triathletin-Nachwuchsarbeit, mit der wir ja begonnen haben, das war seinerzeit die Eva Tollinger. Die habe ich mir aus dem Schwimmclub gefischt, gut gesagt, eben weil sie damals die ganzen Voraussetzungen für eine gute Schwimmerin mitgebracht hat. Und eigentlich auf die Eva hinauf und nach den ganzen Ausbildungen hat eigentlich für mich noch einmal eine ganz andere Art von Triathlon begangen, nämlich das Arbeiten mit dem Nachwuchs. Und ja, wir haben es im Verein eigentlich das geschafft, glaube ich, was jeder Verein gerne hätte, dass wir eine Athletin zu den Olympischen Spielen bringen. Und das hast du geschafft. Und mit der Tollinger Eva haben wir es zweimal geschafft, dass sie bei den Olympischen Spielen weitergekommen ist. Und jetzt stehen wir wieder kurz davor, weil jetzt haben wir schon wieder den nächsten Athleten. Das ist der Chap Kindle, 24 Jahre alt. Und es wird so spannend, weil bis Mai gibt es Punkte sammeln. Ja, qualifizieren können sie sich schon seit zwei Jahren. Ehrlich wahr? Wahnsinn. Also die chatten wirklich mittlerweile rund um die Welt, ob das jetzt Thailand ist, ob es Brasilien ist, ob es Kanada ist, ob es Europa ist, weil es wirklich nur mehr ums Punkte sammeln geht. Heißt das Eis in der Nationalmannschaft? Weil es kostet ja einen Haufen Geld. Er ist in der Nationalmannschaft drinnen. Und wie gesagt, es werden halt nur bestimmte Athleten teilnehmen können, die nämlich wirklich das Limit erschaffen. Du hast die Eva Tollinger erwähnt. Die ist jetzt deine Nachfolgerin geworden als Obfrau. Was machst du jetzt noch? Wow. Jetzt tue ich einmal durchatmen. Ich glaube, ich bleibe beim Triathlon. Aber ich sehe halt jetzt von einer ganz anderen Sparte. Das heißt, ich darf mit einer Leichtigkeit darauf zugehen. Und was ich jetzt wirklich gern machen möchte, ist, dass da sind ein paar ganz tolle jugendliche Athleten, die nachkommen, einfach mitfahren ein bisschen in der Weltgeschichte zu den Wettkämpfern. Und einfach Triathlon auch mal als Reisebegleiter sehen und so dabei zu sein. Wie hältst du dich noch fit? Nach wie vor mit dem Sport, aber nur mal mit dem Genuss-Sport und mit keinem Leistungssport. Und das ist wunderschön, wenn man nicht muss, sondern wenn man sagen kann, ich darf, ich kann oder ich will. Würdest du das alles noch einmal machen? Sofort und gleich. Dann sage ich vielen Dank, dass du heute da warst, Gabi. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und ich freue mich auf ein Wiederhören und Wiedersehen. Dir auch alles Liebe. Danke, Lilly. Würgel.fm Menschen aus Würgel. Denn jeder hat eine Geschichte zu erzählen.